Da hilft uns kein Maule und kein Kotze. Wir sind jetzt Klofrau, ich könnt kotze. Auf jeden Fall beim Klopapier die freie Wahl. Wir haben deshalb auf mehrere Sorte für die Garde mit Seide, Glanz und Schiffenborde. Für'n Everard braun Geschenktes gibt es schon. Das ist dann sozusagen Ton mit Ton. Ich versuchte beim Weißen nach Spruch zu beißen. Dann sagte der Vierte, was zu beweisen. Ab beim Sechste hab ich's Handy gebimmelt. Der hat grad die Frau vom Erste abgebimmelt. Weil die Erste schmusst grad dahin mit Frau von Mann Nummer 10. Doch lebst ja und schlafe und kann das nicht sehen. Der Neunte guckt bald tanzete Garde auf die Titte. Das ist dann gar nicht, was soll ich jetzt machen. Drum haben wir den ganzen Labertasche. Hier, mal ordentlich den Kopf gewaschen. Wenn's im Saal und auch im A.B. richtig kracht, dann ist es doch nicht kracht. Die To-Klo-Frau sagt tschau. Betreiber-Fraudernin. Betreiber-Frau.